Hallo und willkommen bei Hardware-Rat, hier die täglichen News der Kalenderwoche 22, 2017. Die RX 580 und RX 570 ist ja derzeit überall ausverkauft. Das liegt nicht daran, dass die Karten überkrass bei Gamern beliebt sind, sondern sie sind überkrass für Bitcoin-Mining beliebt. Bitcoins sind derzeit so wertvoll, dass sich das Mining wieder wirtschaftlich lohnt. Und solche Mining-Farmen, die Gewinn damit machen wollen, kaufen immer gleich mehrere hundert Grafikkarten auf einmal. Das Problem, der Hersteller der AMD-GPUs kann nicht schnell genug drauf reagieren. Und so gibt es derzeit eine Knappheit. Auch Netzteile mit über 1000 Watt Leistung sind wegen Bitcoin-Mining kaum noch lieferbar. ASRock hat deswegen auch ein neues Mainboard vorgestellt, das H110 Pro BTC Plus. Ein Mainboard extra für Bitcoin-Miner gedacht, an dem man bis zu 13 Grafikkarten anschließen kann. Es gibt ein Update zur AMD Vega. Sie werden auf der GPU-Konferenz vom 30. Juli bis zum 3. August vorgestellt und werden kurz danach erhältlich sein. Microsoft lässt Windows für ARM Prozessoren neu aufleben. Diesmal nicht mit einer speziellen Windows-Version für ARM, sondern eine Windows-Version, die sehr ähnlich zur normalen Version ist. Das heißt, man kann nicht nur spezielle Apps verwenden, sondern auch Programme, die eigentlich für Windows gemacht sind, allerdings nur 32-Bit. Der Prozessor ist ein 64-Bit-Prozessor und Windows läuft auch auf 64-Bit. Und ich denke mal, diese Windows-Apps für ARM-Prozessoren, die können mit 64-Bit laufen, aber reguläre Programme, die eigentlich für x86-Prozessoren geschrieben sind, laufen dann halt nur mit 32-Bit. Das heißt, Programme bzw. Spiele, die nur mit 64-Bit laufen, die laufen dann nicht drauf. Ist aber nicht so schlimm, denn die meisten Programme gibt es ja auch für 32-Bit. Das Ganze soll dann weniger an Desktop-PCs eingesetzt werden, eher an Notebooks bzw. Convertibles. Bei dem gezeigten Gerät wurde ein Snapdragon 835 eingesetzt, den kennt man aus dem Galaxy S8 zum Beispiel. Der Snapdragon 835 verbraucht natürlich viel weniger Strom als zum Beispiel x86-Prozessoren und LTEs auch gleich mit dabei. In Ultrabooks bzw. Convertibles macht es also sehr viel Sinn, dort einen ARM-Prozessor reinzumachen. Allerdings bezweifle ich selber, dass Programme, die eigentlich für x86-Prozessoren geschrieben sind, dann auf der ARM-Architektur wirklich so gut laufen. Aber so Standardprogramme wie der Webbrowser und so weiter wird wahrscheinlich auf den ARM-Prozessor auch angepasst werden. Daher finde ich die Idee gar nicht mal so schlecht und es spart auch vor allem Kosten, also die Geräte werden ja auch günstiger werden. AMD hat nun offiziell Threadripper angekündigt. Bis zu 16 Kerne auf der X399-Plattform. Dazu noch 64 Pisa-Express-Lanes und bis zu 2TB an Arbeitsspeicher im Quad-Channel. Natürlich sind diese Prozessoren eher für professionelle Anwender. Gamer profitieren da wenig aus den vielen Kernen. Aber auch die Taktraten von dem 16-Kerners scheinen sehr hoch zu sein, denn AMD hat diesen vorgestellt und mit Blender getestet und dabei ist er exakt doppelt so schnell wie der 1800X. Dementsprechend wird er wahrscheinlich auch mit bis zu 4,0 GHz takten. Die TDP liegt bei 180 Watt, ist also quasi auch fast doppelt so hoch. Im Juli bzw. August sollen die neuen Prozessoren dann verfügbar sein. Im Internet gibt es schon Gerüchte über die Preise. Das Top-Modell, also der 16 Kerner mit der höchsten Taktstufe, soll scheinbar eine Preisempfehlung von 999 US-Dollar haben. Wegen AMD hat Intel doch nochmal die Pläne überarbeitet. Zuerst hieß es ja, für Skylake X sollen wieder maximal 10 Kerne kommen. Dann hieß es 12 Kerne, aber nun wegen Threadripper kommen auch 18 Kerne. Das wird es alles geben auf der neuen Intel Extreme Plattform X299 auf dem Sockel 2066. Das Top-Modell soll der neue Intel Core i9 7980XE mit 18 Kerne und 36 Threads sein. Dazu gibt es noch ein 16, 14, 12, 10, 8 und 6 Kerner. Und die Kaby Lake X Prozessoren, ein i7 mit 4 Kerne und 8 Threads und ein i5 mit 4 Kerne und 4 Threads. Der Core i5 ist quasi gleich zum 7600K und der i7 ist quasi gleich zum 7700K. Bloß halt jetzt für den anderen Sockel. Der 18 Kerner hat eine Preisempfehlung von 2000 Dollar und der 16 Kerner eine Preisempfehlung von ganzen 1700 Dollar. Der 16 Kerner wird halt also gut teurer sein als der AMD 16 Kerner. Der 6 Kerner hat eine Preisempfehlung von 389 US-Dollar, wird also wahrscheinlich so auf 420, 430 Euro hinauslaufen. Und der 8 Kerner von 600 US-Dollar wird also so Richtung 700 Euro gehen. Ist auf jeden Fall ein bisschen teuer, außerdem gibt es eine schlechte Nachricht bei den Prozessoren, die sind jetzt nicht mehr verlötet. Das heißt, mit schlechten Temperaturen muss man rechnen. Wer also so einen 8 Kerner übertakten möchte, muss damit rechnen, sehr viel in die Kühlung zu investieren. Dafür werden aber auch die Skylake X Prozessoren im 14nm Plus-Verfahren hergestellt. Das heißt, wie bei Kaby Lake können sehr hohe Taktraten erreicht werden. Ich vergleiche jetzt einfach mal den 8 Kerner mit AMD Ryzen. Die Plattform ist natürlich etwas besser, Quad-Channel-Memory und man hat auch noch die Möglichkeit, auf Prozessoren mit mehr Kernen aufzurüsten. Was mich überrascht hat, man hat mit dem 8 Kerner von Intel nur 28 PCI Express Lanes, bei AMD Ryzen hat man 24. Vier Stück mehr ist jetzt auch kein großer Sprung. Der Prozessor wird wahrscheinlich so 650 bis 700 Euro kosten. Die Mainboards wird es wahrscheinlich auch erst ab 200 Euro geben. Und wenn man übertakten möchte, muss man bei der Kühlung richtig tief in die Tasche greifen. Ich denke, das Mindeste würde eine gute All-in-One-Wasser-Kühlung sein, also die erst für über 100 Euro. Dann ist man halt recht schnell auf einen hohen Preis. Intel hat ja derzeit noch den Vorteil, dass fast alle Spiele auf Intel optimiert sind und sie deswegen mehr Gaming-Leistung haben. Und sie können auch höher takten. Dafür gibt es aber bei AMD schon 8 Kerner für 300 Euro. Die Plattform ist auch wesentlich günstiger. Mit einem Board für 120-130 Euro ist man schon sehr gut bedient. Und bei der Kühlung kann man auch mächtig sparen. Das liegt einerseits daran, weil bei den AMD-Prozessoren sowieso nicht gigantisch viel am Takt geht. Wenn man 4 GHz erreicht, hat man einen guten Prozessor. Und so ein 8 Kerner auf 4 GHz bei 1,45 Volt, was ein sehr hoher Wert ist, verbraucht der Prozessor rund 170 Watt. Da die AMD-Prozessoren verlötet sind und so eine sehr gute Wärmeübertragung haben, reicht hier schon ein 40-Euro-Kühler aus, wie zum Beispiel den Thermalright Macho, um ihn auf den Einstellungen zu kühlen. Bei Intel hat man dann halt dafür noch die Möglichkeit, noch mehr Leistung aus dem Prozessor herauszukitzeln. Man muss allerdings auch mehr Geld investieren. Die Skylake X-Prozessoren können aber gegenüber Skylake nochmal ein bisschen mehr Leistung pro Takt haben, da sie eine andere Cache-Struktur haben. Sie haben jetzt einen 4-fach so großen Level-2-Cache, dafür ist halt der Level-3-Cache kleiner geworden. Ob ein größerer Level-2-Cache viel bringt, wird sich dann wohl in den Tests zeigen. Das war's dann aber auch mit den Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr aktiviert dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.